Es ist einfach herrlich auf den Bergen. Man verteilt sich so schön. Es gibt so schöne Sachen zum Anschauen und zum Fahren. Und wie die wie die Pisten flitzen, ohne auf der Piste zu sitzen. Ja, liebe Freunde, wir kommen gleich zur Talstation Grafenberg. Und hier geht es hinauf zum Sonntagskugeln. Und wer nicht Skifahren geht, der haut einen Vogel. Eins, zwei. Da haben sie neue Radio eingebaut. Und jetzt weiß er selber nicht, wie das funktioniert, das Mikrofon lauter einzustellen. Eins, zwei. Wolfgang, hast du einen großen Hammer mit? Ich muss einfach lauter reden wahrscheinlich. Wenn man die Arbeit mit Freude macht und die Gäste mit Freude empfängt, dann verläuft die Zeit so schnell. Für mich gibt es keinen schlechten Tag nicht. Das ist fast nicht möglich. Weil wenn man die Sache ein bisschen im Griff hat, dann verläuft die jeden Tag eigentlich schön. Ja, liebe Freunde, wir kommen gleich in den schönen Tal Kleinal. Kommt gut nach oben und gut herunter und bleibt frisch und munter. Und genießt die schöne Natur ganz pur. Ja, liebe Freunde! Untertitelung des ZDF, 2020